Kundenorientierte Preisgestaltung gehört inzwischen zu den Erfolgsfaktoren eines Online-Shops. Unterschiedliche Kundengruppen zahlen in Online-Shops unterschiedliche Preise und erhalten unterschiedlichen Service. Hinzu kommen noch Aktionstage wie Black Friday oder der Verkauf von speziellen Produkten vor Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern. Zusätzlich nutzen immer mehr Online-Händler ihren Shop gleichzeitig für den Verkauf an gewerbliche und private Kunden. Das Plugin B2B Market von MarketPress ermöglicht alle diese Vorgaben einfach umzusetzen. Wie das Ganze funktioniert, zeigt das folgende Video. Mein Name ist Harald Frey von wu-experte.de Das Plugin wurde zu Testzwecken kostenlos von MarketPress bereitgestellt. Vielen Dank dafür! Als Test-Shop für das Plugin nutze ich einen Toner-Shop, an dem gut der Nutzen der Erweiterung zu erkennen ist. Dieser hier vorgestellte Toner-Shop ist eine Ergänzung für einen stationären Toner-Shop in einem Einkaufszentrum. Kunden sind hier vor allem Stammkunden, die sich noch eine Beratung wünschen und bei Druckerproblemen Unterstützung benötigen. Diese Stammkunden können ihre Toner vorbestellen und dann im Shop abholen. Dafür erhalten die Kunden im Online-Shop 10% Rabatt, da der Händler die Toner nicht auf Lage halten muss. Als Service für den Stammkunden setzt der Händler den Toner des Stammkunden auf dessen individuelle Wunschliste, die nach dem Einloggen im Online-Shop erscheint, so dass der Kunde nicht suchen muss, was bei Tonern sehr umständlich sein kann. Der Händler hat jedoch noch eine zweite Kundengruppe. Dies sind gewerbliche Kunden, für die er Drucker wartet, austauscht und die Toner liefert. Die gewerblichen Kunden erhalten individuell ausgehandelte Nettopreise. Diese Vorgaben sind über B2B-Market umsetzbar. Als Theme nutze ich hier das Theme Atomion von MarketPress und zur rechtlichen Absicherung German Market. B2B-Market ist sehr gut dokumentiert und im Aufbau leicht zu verstehen. Die Add-ons lassen sich aktivieren oder deaktivieren, so dass nur die Optionen eingeblendet werden, die notwendig sind. So, nun geht es endlich los. Als erstes füge ich drei Kundengruppen hinzu. Gast, Kunde und Gewerbe 1 für meinen gewerblichen Kunden. Bei den Kundengruppen Gast und Kunde handelt es sich um vordefinierte Gruppen. Legen Sie eine Kundengruppe mit dem Namen Gast an, dann gelten alle für diese Kundengruppe erstellten Einstellungen automatisch für alle Kunden ohne Kundenkonto. Legen Sie eine Kundengruppe mit dem Namen Kunde an, gelten alle für die Kundengruppe erstellten Einstellungen automatisch für die Kunden mit Kundenkonto. So ist es ganz einfach, Grund- oder Staffelpreise für nicht registrierte oder registrierte Kunden anzubieten. Alle anderen Kundengruppen sind frei definierbar. Nach dem Aufruf der Kundengruppe finden sich die Einstellmöglichkeiten wie Staffelpreise oder Rabatte für diese Kundengruppe. Alles ist sehr übersichtlich und praktisch selbsterklärend. Meine registrierten Stammkunden sollen 10% Rabatt erhalten. Zu diesem Zweck gebe ich einfach 10% beim Gruppenpreis ein und ordne die Produkte zu. Es wäre möglich, den Rabatt auf einzelne Produkte oder Produktkategorien einzuschränken. In diesem Fall wähle ich aber alle Produkte. Dann folgen noch weitere Rabattmöglichkeiten. Ich möchte 5 Euro Rabatt für die erste Bestellung gewähren, um den Kunden zu motivieren, sich im Shop anzumelden. Da ich ausschließlich für gewerbliche Kunden den Service Druckerwartung anbiete, soll dieses Produkt bei den Endkunden nicht angezeigt werden. Dies geht ganz einfach über die Blacklist, die für die jeweilige Kundengruppe Produkte ausblendet. Bei den gewerblichen Kunden gestaltet sich die Einstellung etwas anders. Zuerst sollen die Preise in Netto angezeigt werden. Und dann soll eine Überprüfung der Steuernummer stattfinden. Da der gewerbliche Kunde nur an den für ihn relevanten Produkten interessiert ist, nutze ich hier die Whitelist, die ermöglicht, nur ausgewählte Produkte für den Kunden einblenden zu lassen. Der Kunde erhält also nach dem Einloggen praktisch einen eigenen Onlineshop. Da jeder gewerbliche Kunde individuelle Rabatte je nach seinem Umsatz erhält, gibt es hier keine Allgemeinrabatte, sondern je Produkt unterschiedliche Nachlässe. Ich weise die entsprechenden Produkte meiner Kundengruppe zu und rufe dann nach dem Speichern das jeweilige Produkt auf. Im entsprechenden Reiter in der Produktbeschreibung findet sich dann die Möglichkeit, der Kundengruppe einen individuellen Preis zuzuordnen. Die Erweiterung bietet also für den Verkauf an gewerbliche Kunden zahlreiche Optionen. Das Plug-in ermöglicht aber, nicht nur einzelnen Kundengruppen, sondern über den Reiter Alle Kundengruppen schnell allgemeine Rabatte einzurichten, zum Beispiel bei Aktionen wie Black Friday oder einem Jubiläum. Über Versand und Zahlung ist es ganz einfach möglich, dem Kunden individuelle Zahlungsmöglichkeiten einzurichten. So kann der gewerbliche Kunde mit Rechnung zahlen, während der Privatkunde diese Option nicht erhält. Über den vierten Reiter lassen sich die Einstellungen exportieren oder importieren. Über den Reiter Registrierung ist einstellbar, für welche Kundengruppen sich die Kunden selbst registrieren können. Aktuell würde ich bei Kundengruppen, die überprüft werden müssen, zwei Kundengruppen anlegen. Eine, in der sich der Kunde anmelden kann, die aber noch keine Rabatte enthält. Und eine zweite, in die ich dann den Kunden nach der Überprüfung hinein verschieben kann und die dann auch alle Rabatte enthält. Ab dem nächsten Update wird es für das Plugin für die Überprüfung der Kundengruppen noch eine gesonderte Einstellung geben. Die Erweiterung nutzt für die Kundengruppen die WordPress-eigenen Benutzerrolle. Eine individuelle Verschiebung der Nutzerrolle kann also ganz einfach direkt über das Benutzerprofil erfolgen. Wie sieht das Ganze nun für den Kunden aus? Der Shop hat aktuell drei Produkte, wobei nur zwei den Privatkunden zur Verfügung stehen. Der Atona kostet im normalen Verkauf 20 Euro. Nach der Registrierung als Kunde und der eventuellen Freischaltung durch den Shop-Inhaber erhält der Kunde automatisch 10% auf alle Produkte. Legt der Kunde das Produkt bei der Erstbestellung in den Warenkorb, wird der Neukundenrabatt automatisch als Coupon hinzugefügt und an der Kasse abgezogen. Der Stammkunde kann also zufrieden sein. Lockt sich der zuvor genehmigte Gewerbekunde ein, so sieht er nur die für ihn relevanten Produkte ohne Mehrwertsteuer. Der gewerbliche Kunde erhält keinen Rabatt, aber einen individuell ausgehandelten Preis. Kann dann an der Kasse mit Rechnung zahlen, was bei privaten Kunden im Shop nicht möglich ist. Das Plug-In bietet zahlreiche sinnvolle Optionen, die auch noch leicht zu verstehen sind und die ich hier noch nicht ausgereizt habe. Da B2B Market Originalbenutzerrollen in WordPress anlegt, werden zum Beispiel auch die Einbindung geschützter Kundenbereiche möglich, in denen der Kunde zusätzliche Serviceleistungen findet. Von dem Umfang und der leichten Bedienbarkeit des Plug-Ins bin ich begeistert und die Umsetzung kundenorientierter Preise fällt einem durch die Erweiterung wirklich leicht. Zum Schluss möchte ich noch auf die Möglichkeit hinweisen, WooCommerce über B2B Market mit Slack zu verbinden. Die WooCommerce-Funktionen des ehemaligen Plug-Ins Slack Connector wurden hier eingebunden. In einem eigenen Blogbeitrag erkläre ich die Anbindung von Slack über das Plug-Ins Slack Connector. Die Funktionsweise stimmt noch, nur werden bei B2B Market die übermittelten Daten auf WooCommerce beschränkt. Sollte Ihnen das Video gefallen, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Möchten Sie weiterhin über WooCommerce informiert bleiben, dann abonnieren Sie diesen Kanal oder besuchen meine Webseite mit zahlreichen WooCommerce-Informationen auf WooExperte.de.